Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, alle Schlösser müssen ausgewechselt werden. Ich habe euch etwas zu sagen. Vergewaltigt? Um Gottes Willen. Was hat die Polizei gesagt? Du warst nicht dort. Bestellen wir jetzt. Ich habe ihn in Flagranti erwischt. Er hat dort im Gebüsch gehockt und ihr Haus beobachtet. Haben Sie sein Gesicht gesehen? Nein, er trug eine Maske, eine Art Skihaube. Kannst du sie begleiten? Ja. Nein, nein, das muss nicht sein. Hübsche Jacke hast du da. Willst du Ski fahren? Wenn du willst, nehme ich dich mit. Wir sollten immer noch ein Paar sein. Es ist deine Schuld. Du hast dich von mir getrennt. Du hast mich geschlagen. Das ist nicht das erste Mal, dass er sich meldet. Dazu wirst du dich in die Rechner aller Mitarbeiter einhecken müssen. Das ist ein schweres Vergehen. Der Typ ist verrückt. Ach, Verrückte bin ich gewohnt. Meine Spezialität. Ich will das nicht mehr, diese Lüge. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, aber jetzt habe ich es erkannt. Die gefährlichste von allen, Michelle, bleibst du. Das ist ein schweres Vergehen. 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 Das ist ein schweres Vergehen.